Wir sind in Smithtown in Nick's Clam Bar. Die Annika esst ihre Kalamari. Sie liebt es sehr. Heinz, wie schmeckt's? Ja? Und wie esst du die? Schau, mit ihrer Serviette. Macht sie ihren Mund sauber. Guckt sie ein bisschen in den Spiegel. Sie ist. Bis hier draußen. In den Spiegel. Jetzt hier ein bisschen. Und dann ist es vielleicht Zeit für noch eine. Ja? Aber nicht aufstanden, kleines Hinsetzen. Na das machen wir nicht. Annika, ich seh dich. Der Daddy schafft heute in Stony Brook. Und wir waren für ein Abenteuer. Nein, wir machen das nicht. Wir waren im Long Island Museum. Wir haben die Küche gesehen. Annika. Und dann haben wir die St. James General Store. Und schöne Bücher gekauft. Und ein Kätzchen ist jetzt da. Das ist Busterberg. Und dann haben wir Nick's Clam Bar gesehen. Und die Annika hat gesagt. Ich will Kalamari essen. Und wie esst du die? Das kannst du die? Liebst du keine Sauce? Wir haben auch Crab Cakes gekauft. Aber die Annika liebt viel besser Kalamari. Okay. Okay, genug. Nicht machen bitte. Wir haben heute Euroinenahger undanne 보 funds mitge가지, alle Gerebenmişe Lampte aufhalte, aufbeten. Aber dann will ich dir nur wiederiere. Und начинаhểner...?)ein. Vielen Dank.